hey ho und let's go mit der seeschauminsel ab geht's cool schöne musik und erstes wildes pokémon legmon cool versuchen wir gleich mal zu fangen du bist wasser psycho flügelschlag zeig mal her ja kaum noch ein flügelschlag sogar noch cool dann kriege ich in das rechte down außer mit volltreffer doch aber noch ein zweites mal kann ich das einsetzen daher war überball flieg und sieg was gibt es denn hier überhaupt für pokémon cool gefangen ich hoffe ich habe in der box platz gemacht darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet bemerkte sind schmerz okay habe nicht aufgepasst ob es da genug platz und nein dass ich da nicht platz für aktors habe sonst ist es eine katastrophe jetzt muss ich mich orientieren erst mal hier machen wir noch schutz an damit ich meine ruhe kurz habe haben wir top schutz ah da bin ich na endlich mein gott ja hier bin ich gut sein item vielleicht oder so das sehe ich nämlich nicht aber welchen weg ich gehen soll das weiß ich nicht na toll das ist schön wo bin ich jetzt kann ich die fahrrad benutzen eigentlich ja aber die andere musik ist weg keine ahnung boah die sehschung ist mir jetzt schon zu hoch was ist das ich sehe zwar löcher aber keine stärkesteine noch ne hier will ich nicht vor euch macht das denke ich ohne karte und nagel cool habe ich jetzt geraten sah ein bisschen auffällig aus ja wo muss ich denn hin und nein das sind stärkesteine da sind schon da muss ich definitiv hin das ist klar die frage ist wer wohin also du kannst schon mal dahin die karte bringt hier überhaupt nichts stärker so du musst nach hinten dann können wir dich vorschieben das ist schön jetzt nachdenken kein fehler machen ok dann musst du aber vorher weg genau jetzt kommst du dahin und da kommst du rein ich habe so keine ahnung was es gebraucht hat du kommst da rein aber irgendwas muss es gebracht haben ah stimmt hier war eine strömung daran erinnere ich mich ok und wildes pokémon was gibt es denn hier so für wilde pokémon zubart gibt es hier wie immer goldbart auch noch cool enton und entoron sollen hier auch angeblich sein ok yurop und yugong sind hier auch noch cool die haben wir auch noch nicht die sind auch richtig cool äh hyperball flagmon haben wir schon gesehen und lamus soll hier auch noch sein ich habe immer noch nicht gecheckt wie viele naja ich habe angst ich sollte nicht so viele pokémon fangen vor arctos dieses pokémon schießt mit hinten auf über der wasseroberfläche fliegenden insekten naja was soll es dann wenn ich halt wieder zurück äh item parat so ich weiß nicht mal wo arctos ist die karte ist so schlecht gemacht was das wo ist gefährliche strömung hier ist ein loch gut hier ist die strömung hier werde ich automatisch befördert toll und wo bin ich jetzt ah hier bin ich wieder ok da haben wir ja schon europe lamus haben wir hier auch noch cool musha seper und semon und stern du so das war ah es war zu stark ok ich sehe es ja mein gott ja weg das sind jedenfalls alle pokémon die ich so erreichen kann mit angegehen ein paar mehr denke ich noch aber da ich keine angel dabei habe und auch keinen bock habe zu angeln lassen wir das mal weg europe europe so ein flügelschlag reicht diesmal komm na heuler wenn ein paar mal heuler macht vielleicht kann ich noch einen machen aber es war ein hyperball flieg und sieg alteres pokémon fangen geht schwuppdiwupp Seehund dieses pokémon verfügt über ein sehr hartes horn um damit dicke eischichten zu durchbrechen cool so erst mal fahrrad wieder ah von hier komme ich gar nicht weg toll dich haben wir schon dankeschön und da so viele pokémon sind tauren sie auch nur zum geringen prozentanteil auf ja das weiß ich schon danke 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 schneller hopp hopp vielleicht muss ich doch gleich die karte wieder okay da bringt es mir noch nicht da muss ich später hin wer will nein ich habe mir auch schon wie sich hier leben lebendig wieder rauskomme mein gott machst du erstmal fahrrad felsen könnten die strömung vielleicht um lenken ja gut das ist schön das habe ich hier gemacht apropos hier nein nix stärke surfer so so da bist du so das war ja kinder leicht zu dir zu kommen das war ja kinder leicht zu dem zu kommen was ist da dann beim schweren weg bitte was ist da ein bisschen bei dem schweren weg ich gucke mal ganz kurz wo das auf der karte ist okay ich raff es nicht wirklich also ich habe ihn gefunden da wo ich jetzt bin aber wo führt dieser andere weg hin da ist nix da ist absolut nix ach komm ich raff gar nix und da der part so kurz ist würde ich sagen fangen wir mit arctus auch schon an muschers und kein pokémon mehr fangen so also pokémon der ist immer noch stärker als ich deswegen nicht unterschätzen über trank ja über bälle sind bereit und jetzt wieder das ganze prozedere erst mal intern speichern dann nochmal hier machen wir so und ein richtiges pokémon davor schicken noch nein ganz sicher nett ja du kannst du obwohl hast du attacken also attacken die ihn nett umbringen also was wie psychokinese bringt den ganz sicher und triplatte das sieht gut obwohl triplatte wenn er verbrannt oder so wird habe ich ein problem na gut probieren wir unser glück hallo arctus jaul da ist er der große arctus das zweite der drei legendären vogel pokémon so kommen wir erstmal mit triplatte wie gesagt fahrlevel höher als ich deswegen nicht zu unterschätzen sollte ich den ok es zieht dann wirklich viel ab konfusion ich meine ist flug eis das ist nicht effektiv hast du witze psychokinese halt was kann da eigentlich alles eisstrahl kann er schon mal ok nett zu wissen und nein 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 ich brauche den doch ja mach weiter keine ahnung was eisattacken was den eisattacken gegen was nicht effektiv gegen wasser und gegen das eis toll beide pokémon habe ich nicht keine ahnung was soll ich gegen dich tun na dann warte halt kurz wo sind denn die bellen leber so jetzt kommst du erstmal wieder rein am besten voll geheilt zieht die eisstrahl viel ab ja alter zu viel so jetzt kommst du wieder rein einmal konfusion und einmal hier einmal und dann fange ich hin so schnabel kann mir wiederum nichts ja schnabel cool besser als diese blöde eisstrahl oh er schreckt mich auch nicht so hypnose wahrscheinlich keine ap hat er mehr wegen ap muss ich natürlich auch passen ein verzweifler oder so und der ist schon weg hyperball gut wir haben noch platz in der box mindestens das ok er ist nicht so einfach zu fangen wie zaptos es war aber mehr kann ich auch nicht machen außer hyperbälle werfen alter aber mindestens so ein bisschen hoffnung konntest du mir geben bleib drin böses pokémon ganz böse gut dann warte kurz bevor der aufwacht und hier eisstrahl nutzt und über ball wieder na doll also das kann wieder ein bisschen dauern keine sorge ich habe 20 ap dafür na gut ist noch 18 aber jetzt kommt wieder mit eisstrahl mal also den typen darf ich nicht unterschätzen aber fangen darf ich dich denn halt nicht dann passen wir wieder mit dem hypertrank auf semi darf auf keinen fall sterben weil ohne schlaf bin ich so gut wie weg ja ich kann noch paralysieren höchstens was mache ich da so ja paralysieren das hält auch auf dauer aber schlafen bringt halt mehr schlafen und vereisen aber vereisen kann ich denn ja lust logischerweise net außer triplette schafft es aber das wäre zufall und das sieht nicht so gut aus aber ich habe zeit kannst du ich warten alter soll das ein witz sein immer ein und ein dingsbums ja da kommt wieder eisstrahl ja man immer so wie oh gott zum glück schnabel wie machst du jetzt mal willst du mich verarschen jetzt ach komm weg mit dir kann es ja eh nix ja bitte ja 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 was soll ich denn noch einsetzen keine ahnung komm steckst du mindestens paar eisattacken weg solange fangen wir hier mit beleber wieder an schnabel ist zwar sehr effektiv und oh gott zieht das viel ab schnell wieder auswechseln keine ahnung man platini nix machen fertig schnabel zieht hier schon mal nix ab gut hallelujah so zieht die eisstrahl was ab da hat er gerade keinen bock dazu gut dann kommst du wieder zurück und jetzt bitte tritt mit deiner hypnose das ist das problem wenn man auf schlaf gehen will wie er denn der will mich verarschen jetzt der will mich verarschen ist okay wie bei na jetzt kommt aber wieder mit eisstrahl alter man so ich denke ich werde noch eine weile hier sitzen deswegen gemütlich machen hui aber gut wie viele minuten ich weiß leider nicht ab welcher minuten ich mit dem kampf angefangen habe aber es kann schon eine weile dauern so habe ich mir eigentlich auch zapptos vorgestellt aber da zapptos so schnell ging hatte ich die leise hoffnung dass der auch so schnell geht geht aber nett geht aber nett oh 3 kp kommt der geht mir sowas von auf den keks mit seinem nicht getroffen hypnose wie viel prozent ist das 85 oder so der setzt bald verzweifler ein jetzt hat er wahrscheinlich keine ap für schnabel und setzt nur eisstrahl ein ach so genau so schnabel danke jetzt kommt bitte eisstrahl kann mich nicht sofort umbringen jetzt kommt triff nein triff alter jetzt bin ich sauer ja sogar noch volltreffer klasse super mega geil ja platini wollten wir testen wie gut er es aushalten kann solange ich hier wieder mit meinem bill leber ja gut schnabel hält er aus das wissen wir schon ja gut der will einfach kein eisstrahl gegenden einsetzen interessant und ich will kein donnerwelle einsetzen mit schlaf ist die wahrscheinlichkeit höher und der nachteil ist parallel geht ja nie wieder weg bei dem also ich meine dass ich nicht danach wieder mich umentscheiden kann und einschläfern kann und er kann auch nicht so was wie genesung oder so ein quark eigentlich zum glück aber dadurch kann auch die status veränderung nicht los werden danke oh gott endlich oh endlich kann ich wieder werfen nipi hat das gedauert aber sieht auch nicht besser aus ich habe genug bälle mein freund das problem ist hat ok wunderbar das wurde gefangen cool neuer eintrag im pokédex wollte grad sagen äh hier problem ist wenn er einmal verzweifler einsetzt dann ist er ganz down dann kann ich nicht im letzten moment noch den meisterball werfen aber ja hat sich schon erledigt ein legendäres vogel pokémon das angeblich in gletschern verirrten wanderern den weg weist ja bitte oh gott dankeschön so äh ne was wollte ich ich will aber noch die höhle bisschen erkunden man wo ist da rechts ist was nix toll mach mal top schutz an ich hab grad keinen bock genervt zu werden hey und wie geht es denn sonst so weiter also da ist schon mal ein leiter dieser leiter fährt wohin fahrrad fehlt ok hier sind stärkesteine ist das was zu bedeuten oder ah ne hier war ich schon natürlich war ich hier schon ja das war die zwei felsen mit denen ich nichts machen konnte genau ich kann die auch nicht von der wand weg bewegen wohin denn auch ja geh ich mal hier lang äh server nein aber gut ich hab gesehen wo ich war ja da im wasser ist gar nix ist so aber da rechts davon ist ne leiter und dann die komme ich ja logischerweise nett dran und hier ist gar nix hier die rechts die treffe meine ich hier rechts kann man die auch irgendwie versperren ich hatte schon immer problem mit dieser blöden insel nie gecheckt wo es hier lang geht nie gecheckt wo es hier lang geht hui ja schön ja gut du bist mir egal ein pokémon hat jemand die chance bis ich wieder topschutz einsetze du warst du deine pokémon und hast es zu nix gebracht so äh jetzt hier jetzt hier keine ahnung ich hab keinen bock mehr ich will hier raus so meine entscheidung ich raus hier will und ich nix raffen ich denke wenn ich da durchfalle komme ich wieder in die strömung rein und was wenn ich hier reingehe jo fahr dich halt links raus bringt ja auch nix ich steppe wir sind ja selbstverständlich nicht fertig wir müssen den weg auf die andere seite finden toll wahrscheinlich war das der schwierige weg jo jetzt bin ich wieder am anfang ah jo aber hier ist ein stärkestein schon mal schon mal okay und ich hab vergessen wieder schutz anzumachen so weg mit dir ja ja ich will regulär nämlich auf die andere seite kommen ich meine wir haben schon ein ding erreicht nein das wollte ich auch nicht gut du kannst da rein man kann ja ähm wir sind ja schon auf der see schauminsel da können wir dahin fliegen schon wieder jorup hab ich nicht grad schutz angemacht ah ne ich hab stärker hingesetzt ja das ist ein unterschied und zui wieder runter so so das muss woanders hin führen ja wie kommen wir jetzt wieder aus der höhle raus nein ich wollte noch nicht dahin hier ist noch was okay ich denke damit kriegen wir es verstopft beziehungsweise nein wir kriegen es damit nicht verstopft damit fällt es runter und dann können wir die strömung verstopfen oh was soll das jetzt schon wieder hallo 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 ist okay dankeschön dankeschön so jetzt sind die steine hier genau einer ist hier muss ich das jedes mal einsetzen so jetzt ist einer da und der andere ist da so so Arthos zu fangen war nicht die kunst hier durch zu kommen ist es so da ist der stein nein immer vergesse ich das so so jetzt noch weiter runter und da liegen die steine toll ein schritt schon kommt pokémon aber mindestens ein gutes nicht irgendeins na gut äh taubschutz wo bist du jetzt wohin wieder wohin leute ich weiß es doch nicht ja nein doch nein halt da ja schon wieder wahrscheinlich nehme ich schon zu lange auf jo wir haben fast eine halbe stunde voll so jetzt aber ja lecker genius eigentlich nicht aber so fühle ich mich wohler so an die seite halt da wie komme ich auf die andere seite äh also von der seite komme ich nirgends woran mouchas ich weiß immer noch nicht ob wir den haben komm probieren wir es einfach mal schade schade jetzt aber dann halt nöt halter ich will doch nur einen pokémon fangen ich meine platte in der box haben wir wie wir gerade gesehen haben Schlaf tief und fest Haben wir es jetzt Diese blöde Technik Ne, es geht nicht mehr Na gut, dann gleich nach dem Kampf Nehm ich hier, äh, mach hier Schluss Mach mal drei Blätter Was zieht deshalb Eindeutig zu viel So, dann machen wir hier Schluss Und versuchen im nächsten Part zu entkommen Also bis dann, ciao